Hallo liebe RB Leipzig Fans, herzlich willkommen beim ersten Barmer Kochklip. Heute möchte ich euch zusammen mit unserem Koch Philipp zeigen, wie man einen gesunden und leckeren Salat vorbereitet. Los geht's! Für das Rezept brauchen wir folgende Zutaten. Salat, Rucola, Avocado, rote Beete, bunte Tomaten, Zucchini, Aubergine, Fenchel, Kresse, Nütze, Traubenkernöl, Tomatenessig, Welin. Würdest du schon mal anfangen Tomaten zu schneiden und hier in eine Schüssel einzumachen? Ich zupfe Salat. Aubergine und Zucchini, die würde ich schon mal angrillen. Dann nimmst du ungefähr ein Teil Essig und drei Teile Öl. Das gegrillte Gemüse, die Nüsse. Und am Ende machen wir noch dein Dressing drüber. Die Nüsse bringen die Proteine, das Dressing ist dafür da, dass das alles schön aufgeschlüsselt wird. Aber Willi, was fehlt bei dir bei den Salaten immer? Das Topping. Das Topping fehlt natürlich noch und das ist die Cressin. Kann man gut machen. Sehr gut. Lecker. Das passt. So, liebe RB-Fans, das war's von uns. Sollt ihr Lust haben, mit eurer Schulklasse ein Koch-Event mit Philipp und einem unserer Spieler zu gewinnen? Einfach bei der Bama melden.